Das Biennale bei den Frauen heißt jetzt der Heimspielverband der Staffenhagen am Frauen. Das ist das Wort, steigt schon langsam und jetzt übergibt man das Wort an Masern. Jetzt gibt es eine Choreografie von Staffenhagener Fußballern, glaube ich. Ich weiß, heute mal leider nicht klatschen, aber wir machen mal Lachen. Das heißt, ihr Traum und der Heimspielverband. Das ist Lachen. Das ist Lachen. Mein Dresdner Platsch ist Lachen. Oder Händchen nach der Seite. Lachen und 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 Lachen. Jawohl, aber heute bitte nicht klatschen, wenn die Frauen ein Auge nehmen. Das Klatschen machen die Jungs hier hin. Ich denke nur, die Blau und die Weiß sind. Das sind wir da. Ja, oder? Für mich wäre es lieber. Einige haben wir gesagt Weiß, aber ich bin rot-grün-Farben drin. Ich bin nicht entscheidend. Ich hoffe, wir können was verstehen. Ich habe keine guten Farben drin. Da gibt es eine Choreografie. Das ist egal. Schau. Genau. Und... Das ist auch okay. Okay. Dann gehen wir mit dem ersten Zulang zu halten. Aufstehen, der gleich. Wer aufsteht? Aufstehen! Wir begrüßen die Sportmanns-Gruppe-Lachen-Scheinberg! Wir begrüßen die Sportmanns-Gruppe-Lachen-Scheinberg! Jetzt gibt es diese Gruppe und sie wird jetzt die Sondheim-Rachen-Scheinberg mit ihrer Distanz begonnen. Großer Auftritt für die kleinen Damen. Großer, Großer! Großer, Großer, Großer! 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 Musik 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 Frühstück Wir sehen uns auf dem An倒. Vorwaltolaus, der Bagus ist heute vedrückt. Wir werden in Wissensklage vertreten. Wir werden in Wissensklage vertreten. Wir werden in Erholungschule. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das sind die Leute, die gerade live im Spiel kommen. Jo, noch mal nicht bitte an den Handball nach. Sperry des Spiels, bitte nicht die Matte-Kalasse. Nicht in das Spielbetreten. Hier kommt eure Treppe in den Spielern. Bleibt bitte auf den Matte. Das war's für heute.